Hallo hier meine Damen und Herren. Follow Recoil. Ja? Oder nein? Nach reichlichem Testen gibt es nun mein Statement dazu. Let's go. Guten Abend, Schreit. Du bist auch da willkommen. B, B, B. Richtig viel, B. Kiemen wir das mal? Alle fünf, weißt du, mit der Hand vorm Gesicht. Wo sind wir? Wie man in diesem Clip sehen konnte, hat es mir sehr geholfen. Später kommt auch noch ein anderer Clip, bei dem ich das zeigen konnte, wie sehr es mir unter die Arme greift. Für die ganz Neuen hier in Counter-Strike eine kurze Demonstration, was das Follow Recoil überhaupt bedeutet. Wenn ich es ausschalte, dann ist das Verhalten vom Fadenkreuz so wie in jedem Counter-Strike-Teil auch. Ihr schießt, haltet gedrückt und franzt hier ordentlich rein. Könnt euch das Pattern anschauen. Das ist das Recoil-Pattern der AK. Profis hocken sich hin und üben das und üben das und üben das, um eben dann in dem Fall auf dieselbe Position zu schießen. Also sie ziehen langsam mit der Maus nach unten, in dem Fall, um auf einen Punkt zu schießen, während man sprayt. Ich habe das letzte Mal wirklich aktiv mit der AK, mit der M4 in Counter-Strike Source gesprayt. Danach, also vor allem in Go, die letzten zehn Jahre, nie mehr. Ich habe es einfach verlernt und habe nur noch getappt und das hat mir gereicht. Immer wenn ich dann doch aus Versehen in den Spray reinkam, war ich wie in so einer kleinen Panik, weil ich einfach nicht sicher war, wo ich jetzt genau hinschieße. Ich habe es einfach verlernt gehabt und habe nur noch getappt, jahrelang. Jetzt mache ich das Ganze mal kurz an, um euch den Unterschied zu demonstrieren. Achtet hier bitte genau auf das Fadenkreuz. Und guck mal in der Schau, das springt genau an die Punkte, auf die man auch schießt in dem Moment. Profis lernen die Sprays, so wie eben auch und auf verschiedenen Maps eben auswendig, um damit gut spielen zu können. Wenn man aber ein Keck ist, so wie ich, und oder auch einfach nicht so viel Zeit hat, dann ist diese Follow-Recoil-Option wirklich Gold wert. Und jetzt erkläre ich kurz, warum. Ich habe es ja eben schon leicht durchblicken lassen. Wenn du Sprays von der AK, von der M4, von der Galil und so weiter und so fort, das gibt ja auch viele Waffen, wirklich ausfällig lernen wolltest, bis dato, musstest du dir das Spray anschauen und es immer und immer und immer wieder trainieren. Und das mitunter eben auf speziellen Maps oder an Wänden, aber natürlich auch einfach im Spiel. Du hast aber auf jeden Fall Zeit aufwenden müssen, wenn du wirklich ein Spray lernen und meistern wolltest vor allem. Diese Zeit zum Lernen ist natürlich jetzt nicht einfach gelöscht oder wird dir geschenkt, aber dir wird auf jeden Fall ein großer Vorteil an die Hand gegeben. Und zwar lernst du mit jedem einzelnen Spray, das du im normalen Spiel machst, dein Pattern. Nun musst du nämlich nicht extra an die Wand schießen oder irgendeine spezielle Map benutzen, um eben zu gucken, wo ging überhaupt gerade mein Schuss hin, sondern du siehst es immer und immer wieder die ganze Zeit, während du spielst mit jeder Waffe. Du kannst mit der, na gut, P90 ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel eben auch das Spray der Galil oder auch der M4 oder der beiden M4s auswendig lernen, indem du einfach spielst und nicht besonders irgendwas dafür machst, sondern du spielst einfach und achtest nur, wohin dein Fadenkreuz springt. Das ist für jemanden wie mich, der Aufnahmen macht und eben vielleicht mal in Matchmaking für eine Aufnahme rumhampelt, aber vor allem vielen den Streams eben einfach nur spielt, halt optimal. Ich muss mich nicht extra hinsetzen und irgendeinen Spray auswendig lernen, sondern ich sage so, ich nehme jetzt die Galil oft, wenn ich bei Tee bin und spiele die und achte eben einfach, worauf das Fadenkreuz zuckelt. Du hast also ständig mit jedem Dauerfeuer, das du schießt oder machst, eine Visualisierung des Sprays. Immer und immer und immer wieder. Und was macht den Meister? Richtig Übung. Aber in dem Fall eben keine spezielle Übung, sondern einfach spielen. Ich schieße ein bisschen rum und gucke, was passiert. Du musst noch nicht mal initial an der Wand schießen und gucken, ah, das Spray geht so und dann nach hinten, sondern du gehst einfach rein und spielst und siehst, wo dein Fadenkreuz hingeht. Hier ist noch ein Clip, da hatte ich die Option ziemlich frisch angeschaltet. Meine Flash ist es. Kettel, Kettel, ich glaube echt, das ist es. Kettel, ich glaube echt, das ist es. Jungs, lasst mir was übrig. Der Follow-Recoil ist es. Ich konnte genau sehen, wo ich hinschieße. Das ist schon geil. Und um es hier auch nochmal mit aller Klarheit zu sagen, ich habe bis dato eigentlich nie gesprayt in Go. Ich habe getappt und das mitunter auch gut, aber auch nicht immer. Und meine Sprays waren, wenn sie mal kamen, ein Versehen, beziehungsweise ich kam dann nicht mehr raus. Ich habe dann zu schnell getappt und dann ging es langsam in Dauerfeuer über. Da war aber nie Confidence mit dabei. Mir ist klar, dass hier im Hintergrund jetzt keine krassen Sprays dabei sind. Aber jedes einzelne Spray ist ein konfidentes Spray von meiner Seite aus. Mit Spaß auch dahinter. Ich habe richtig Bock, selbst auf eine gewisse Range einfach zu sprayen. Wobei ich hier ja fast ausschließlich auch auf Long Range gesprayt habe und mitunter auch gar nicht so üble. Ein bisschen später habe ich sogar gesagt, es fühlt sich, da bin ich dann nochmal drüber rasiert, aber das wollte ich jetzt nicht noch aussuchen. Da habe ich gesagt, es fühlt sich wie ein Aimbot an. Also eine Aimbot-Unterstützung zumindest. Das haben übrigens auch einige bestätigt wiederum. Also einige Cheater haben unter Videos, unter denen eben dieses Thema auch schon aufgegriffen wurde und auch in Foren gesagt, hey übrigens, es gab diese Option eben für Cheater auch schon im Vorfeld. Das ist auch ein Teil der Aimbot-Unterstützung, dass du eben sehen konntest, wohin dein Fadenkreuz zuckelt bzw. wohin dein Pattern geht. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit dem Fadenkreuz umgesetzt wurde oder mit irgendwelchen optischen Punkten. Aber es hat wohl auch mit in Cheats reingespielt. Und es ist jetzt echt eine witzige Sache aus deren Sicht, dass sowas offiziell in Counter-Strike drin ist. Natürlich muss man hier jetzt auch unterscheiden, für wen ist das gut, für wen ist das schlecht und wem könnte es möglicherweise auch schaden. Ich denke, Leute, die bereits die Sprays können, die würden dadurch nur verwirrt werden. Also jemand, der es einfach schon drauf hat, der muss die Option natürlich nicht einschalten. Wenn man sich gegebenenfalls noch verbessern möchte, könnte man sie ja mal probieren. Aber wenn man wirklich schon eingefleischter AK und M4 Sprayer ist und Garofelsprayer, was weiß ich alles, dann braucht man die Option eigentlich nicht. Beziehungsweise, ich glaube, dann könnte er sie verwirren. Genauso könnte sie brandneue Spieler verwirren. Ich denke, wenn man zum ersten Mal in Counter-Strike reingeht, sollte man das Fadenkreuz erstmal so lassen, wie es ist und überhaupt erst ein Spielgefühl für das Spiel entwickeln. Denn wenn ihr dieses hüpfende Fadenkreuz direkt von Anfang an habt, wo ihr euch aber eigentlich erstmal ins Grundspiel überhaupt einfinden müsst, das könnte zu ablenkend sein. Und dann bleiben vielleicht wichtige Dinge auf der Strecke, auf die man nicht achtet. Aber wenn man, so wie die meisten, bereits einige Spielstunden hatte, ich sage jetzt mal ein paar hundert, und so mittelprächtig vor sich hin daddelt und eben auch mit so einer Änderung klarkommt, mit so einer Optischen, dann ist es Gold wert. Und für mich, als alten Keck, ist es absolut Gold wert. Ich würde sagen, ich habe schon recht viel Spielverständnis, ich spiele Counter-Strike seit fast 20 Jahren, habe früher, wie gesagt, auch mal eine ganze Weile gut gesprayt, aber das war halt zu Source-Zeiten. Also da, ja, das kennen, haben die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gespielt. Und während Go, und Go ging jetzt ja zehn Jahre lang, habe ich überhaupt nicht mehr gesprayt, weil ich es einfach verlernt habe. Ich habe damals zu Source-Zeiten halt so semi, 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 semi professionell gespielt, ganz, ganz tief unten, halt jeden Tag trainiert, mit meinem Clan reingeballert, auf Events gegangen und so weiter und so fort. Da war das ganz nice. Aber, ja, Source ist verschwunden, Go ist gestartet und für mich war Go so ein reines YouTube- und Twitch-Pferd, dann ab einem gewissen Punkt. Ich habe es einfach nur dafür gemacht, für die Unterhaltung. Ich bin im Spray dann ganz schnell extrem unsicher geworden und habe dann einfach nur noch getappt. Und das mit unter oder manchmal auch ziemlich erfolgreich. Aber sobald ich halt den Spray kam, dann war es reines Luck, ob ich treffe oder nicht. Und mit dieser Option Follow Recoil ist es eine geile Meile. Manch einer sagt jetzt aber, halte ein, mein Freund. Was ist, wenn die Option verschwindet und mit einem gewissen Update einfach rausgepatcht wird? Ich sage, das ist dann natürlich bitter, für die, die das Video dann sehen und das nutzen wollen, aber es nicht mehr vorfinden, weil es weg ist. Aber für alle, die es bereits genutzt haben, ist das, denke ich, keine so schlimme Sache. Denn ihr lernt die ganze Zeit dieses Spray mit dem Follow Recoil Fadenkreuz und wenn es weg ist, dann ist es halt weg. Dann habt ihr im schlimmsten Fall eben nur bis dahin einen gewissen Teil dieses Sprays gelernt. Den Rest müsst ihr halt auch die altmodische Art und Weise lernen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dann plötzlich, wenn das Fadenkreuz wieder statisch ist, anfängt zu struggeln. Denn ihr habt ja dann über die Zeit, wo ihr das Teil benutzen konntet, eben schon ein gewisses Feeling für das Spray reinbekommen. Und könnt es dann eben weiter ausbauen mit dem normalen Fadenkreuz. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch, aber als dann Kredl und Sanse, zwei Mods von mir, auf mich zukamen und gesagt haben, hey, mach das doch mal an, das ist echt nice. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Entweder hatte ich sie gefragt oder es ist ihnen aufgefallen, dass ich wie immer die Sprays verkacke. Und dann hieß es, hey, mach das doch wirklich mal an und teste es mal. Und ich war ziemlich schnell wirklich baff. Bei den Pistolen muss man halt, da muss man drauf klarkommen. Weil wenn du halt zum Beispiel mit der Diegel schießt, das Fadenkreuz in der Mitte, macht es auf einmal, es geht weg und dann geht es wieder in die Mitte. Was natürlich auch wiederum für Leute, die Diegel nicht so oft spielen, direkt ein Riesenvorteil ist. Denn ihr wisst, sobald es wieder in die Mitte zurückgeht, erst dann solltet ihr wieder schießen. Und nicht davor, außer ihr habt davor eben das Fadenkreuz, dieses Schiefe, das irgendwo hingeht, auch auf den Gegner drauf. Dann könnt ihr auch direkt wieder abdrücken. Wenn man mit der USP oder der Glock am Dauerfeuern ist, ist es halt ein bisschen komisch. Eine gewisse Eingewöhnung muss stattfinden. Aber ich sage, es lohnt sich auf jeden Fall mit der Tech-9 zum Beispiel, bin ich damit auch ultra am Reinbrezeln, weil ich halt genau sehe, wie der Hase läuft. Ich würde sagen, dass es mich vielleicht die ersten 10, 20 Minuten so ein bisschen gestört hat. Aber dann ist es schon so richtig eingeflossen in mein Spiel. Ich habe in den letzten beiden Streams komplett damit durchgespielt und auch privat damit weitergespielt und kann es wirklich nur empfehlen. Wenn man es anmacht und es stört einen nach einer Stunde oder zwei immer noch sehr, gut, dann kann man es einfach wieder ausschalten. Aber so an sich ist es, denke ich, die anfängliche Verwirrung wert. Denn ihr lernt, wie gesagt, mit jedem Dauerfeuer, mit jedem Spray, den ihr in-game macht, die Pattern der Waffe, die ihr halt in der Hand haltet. Soviel zum Thema Follow-Recoil-Control. Wenn ihr das live sehen wollt, kommt gerne in die Streams. Da habe ich es auch durchgehend an und bin damit eben am Rein-Jallern. Ihr könnt auch gerne Waffen vorschlagen, die ich spielen soll. Sofern wir nicht gerade Ultram verlieren sind und ich wirklich reinschwitzen muss, dann kann ich nicht den Neckab kaufen oder sowas, bitte. Aber jo, in den Streams wird damit reingedattelt. Dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Also rankommen, mit dabei sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Lass es krachen und later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe.